Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Die Jungs machen einen sehr guten, sehr entschlossenen, sehr fitten Eindruck, sehr homogen muss ich sagen, also Trainingsspiele waren sehr eng und sehr hart und sind sehr intensiv geführt worden, auch die einzelnen Übungsteile muss ich sagen, sind mit der nötigen Entschlossenheit, aber auch das Ganze mit der nötigen Begeisterung, gemacht worden, denn die brauchen wir sicherlich am Freitag in diesem sehr extrem schweren Spiel für uns und ich muss sagen, dass die Jungs wirklich einen guten Eindruck gemacht haben in der Gesamtheit und wir können, glaube ich, ohne Angst am Freitag nach Köln fahren und ich glaube schon, dass die Jungs mutig sein werden, um diese sicherlich extrem schwere Aufgabe dann am Freitag auch anzunehmen. Wie sieht es mit dem Kader aus und ist das für Sie ein besonderes Spiel, wenn die ganze Familie auf der Tribüne sitzt? Ja, zum ersten Teil der Frage ist es so, dass wir natürlich noch auf Adnan Mavac eher noch länger verzichten müssen. Marco Hartmann hat sich im Training leicht verletzt, wird aber dann auch wieder im Laufe der nächsten Woche dann zum Mannschaftstraining dazustoßen. Gesperrt, ich denke, das weiß jeder, ist der Mika und der Robert, sodass wir sicherlich in unserem Kader, was die Startaufstellung und sicherlich die Gesamtheit und die Ausrichtung auch ein bisschen umbauen müssen. Aber dafür haben wir einen breit aufgestellten Kader, der sowas auffangen können muss und da bin ich mir auch sicher, dass die Leute, die jetzt dazustoßen und die schlussendlich dann auch in der Startelf stehen werden, das dann entsprechend auch schaffen. Ja, und zum zweiten Teil der Frage, ich meine, wenn man zwölf Jahre in einem Verein gespielt hat, in der Stadt seit 30 Jahren lebt, fünf Kinder dort geboren sind, ich denke, so ein Spiel hat man dann nicht alle Tage, ganz klar. Aber ich denke, das ist eben der eine Teil als Mensch sozusagen, der andere Teil ist der Trainer und ich denke, da ist es dann doch ein Spiel wie jedes andere, außer eben, dass es gegen den Tabellenführer geht. Und da ist man natürlich dann auch besonders motiviert und versucht natürlich dann auch, was Besonderes zu schaffen, denn das ist sicherlich in dem Spiel für uns gegeben. Da rechnet keiner mit uns und da gilt es einfach dann auch, dass die eine oder andere Überraschung zu landen im Spiel, um den Gegner dann vielleicht wehtun zu können, dass es extrem schwer wird, das wissen wir. Aber trotz allem wollen wir das auch so in diesem Spiel angehen. Vielen Dank soweit. Roman, wie optimistisch bist du nach dem Heimsieg gegen Kaiserslautern und dem Unentschieden in Bielefeld, dass ihr eure Miniserie in Köln ausbauen könnt? Ich bin optimistisch, ja. Wir haben das letzte Spiel gegen Kaiserslautern sehr, sehr gut gespielt. Ich denke, wir spielen in der letzten Zeit gut gegen diese Gegner, die viel Raum hinter ihm lassen. Das ist, ich denke, ein gutes Ding für uns, dass wir nicht immer das ganze Spiel machen müssen. Und wir können auch diese Konter-Kunter-Attacke nutzen. Das ist gut, also Köln ist sicherlich der klare Favorit. Aber wir glauben an uns sehr viel. Ich denke, wir haben die Qualität, was gut da zu machen. Wir sind in einem guten Stand. Wir sind, ja, diese kleine Serie ist da, aber außen Karlsruhe haben wir eine große Serie, denke ich. Und wir sind, wir glauben an uns, wir haben Selbstvertrauen in diesen Moment. Und ich denke, wir müssen da, dort, äh, bringen. Und, ja, ich bin sehr zufrieden. Ich denke, das wird ein sehr gutes Spiel. Ja, er hat sich am Montag ein bisschen an der Achillessehne verletzt. Ähm, das Gleitgewebe hat sich so eine Verklebung gelöst und hatte zuerst ein bisschen Angst, dass es was Schlimmeres war. Aber das hat sich zum Glück als nicht so schlimm herausgestellt. Und, ja, wie ich auch eben schon angedeutet habe, wird er, denke ich, Anfang der Woche wieder ganz normal dann voll mit uns mit trainieren können. Naja, man hat natürlich bei jedem, bei jedem Spiel das Ziel, drei Punkte zu erzielen. Ja, und, äh, und, äh, danach richtet man sich aus und, äh, da richten sich dann auch die Gedanken danach aus, wie man das schaffen kann. Und ich gebe Ihnen insofern recht, äh, dass es, äh, in dem Spiel dem Trainer schon, äh, schwerfällt, sich die Optionen einfallen zu lassen, um zu sagen, so können wir das Spiel gewinnen. Äh, das liegt dann weniger an uns, sondern einfach am Gegner. Das respektieren wir auch. Äh, und, äh, wir werden sicherlich in diesem Spiel eine ganze Menge richtig machen müssen. Äh, äh, wir werden, äh, in diesem Spiel eine ganze Menge richtig machen müssen. Äh, äh, wir werden, äh, äh, in der Gesamtheit eigentlich an unsere Top-Leistung rankommen müssen, um eben, äh, ja, diesen besonderen Tag zu erwischen, äh, dem 1. FC Köln, äh, weh tun zu können. Und, äh, trotz allem, ja, sind unsere Gedanken, äh, genau da an den Punkten, wo wir einfach glauben, naja, vielleicht können wir den da doch an der einen oder anderen Stelle, können wir den da doch ein bisschen ärgern. Äh, und, äh, da muss sicherlich auch der 1. FC Köln ein bisschen mitspielen bei der ganzen Geschichte. Aber, äh, ähm, ja, wenn man nicht daran glaubt, ja, an diesem besonderen Tag, dann, äh, äh, dann wird er auch nicht eintreten. Und von daher sind unsere Gedanken einfach so ausgerichtet, dass wir uns, äh, überlegen, wie wir einfach den 1. FC Köln, äh, äh, ja, wie wir den ein bisschen ärgern können, äh, und vielleicht das, das Unmögliche möglich zu machen. Also, da kann ich den 1. FC Köln beruhigen, ja, sie brauchen keinen Maulauf suchen, also den gibt's nicht. Äh, es ist sicherlich richtig, äh, durch die, durch die Nähe, äh, äh, oder durch die Verbundenheit zum Verein und natürlich durch die Nähe des Stadions liegt, äh, drei Kilometer von meinem Zuhause. Also, da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren und deswegen war ich auch sicherlich das eine oder andere Mal öfter im, im, im Stadion des 1. FC Köln als anderswo. Ähm, 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 äh, aber wir versuchen uns schon so auszurichten, dass wir jeden Gegner, äh, ähm, nicht nur ernst nehmen, sondern auch das, was die Analyse hergibt, eben auch zu machen. So haben wir es da auch gemacht und, äh, ähm, ähm, ja, von daher gibt's da keine großen Unterschiede zu anderen Vereinen. Ja, es war eine relativ, äh, äh, neue Mannschaft mit vielen Veränderungen, einen neuen Trainer, ja, und, äh, äh, bis diese Mechanismen greifen, ist es ja nun ganz natürlich, dass es ein bisschen dauert, äh, äh, und, äh, ähm, ähm, von daher, sagen wir, haben sie eine ganz normale Saison, äh, äh, oder eine ganz normale Hinrunde gespielt, das heißt normal insofern, dass sie es geschafft haben, äh, ihre Qualität in ihren Reihen, äh, äh, ist, äh, auf den Platz zu bringen. Sie funktionieren als Mannschaft, äh, wie Sie auch schon in der Statistik sehen können, nicht nur, was ihre, äh, äh, extreme Offensivkraft betrifft, sondern auch, äh, gegen den Ball, was die Defensive betrifft, arbeiten sie sehr diszipliniert und halten sich auch an die, an die taktischen Vorgaben und ans Konzept von, 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 vom Trainer und, äh, da sieht man seine Handschrift und, äh, das greift, ja, und, äh, diese beiden, diesen beiden Dinge dann eben zusammen, Qualität, äh, innerhalb des Kaders und, und die Arbeit des Trainers, äh, die kann man dann am Platz erkennen und deswegen stehen sie auch zurecht da, wo sie jetzt stehen. Ja, äh, äh, sieben Tore hört sich nach Beton an, ist aber nicht, sondern, äh, der Beton beginnt schon ganz weit vorne, ja, sie sind eben in der Lage, äh, durch ihre Offensivkraft, nach Ballverlusten direktes Gegenpressing zu spielen. Äh, äh, ich will sie jetzt nicht mit Borussia Dortmund vergleichen, aber es ist dahingehend ein guter Vergleich, weil Borussia Dortmund das, äh, ja auch geschafft hat, ja, dass sie einfach durch ihr, durch ihr, durch ihr sofortiges Wiedergegenpressing dem Gegner schon nach Ball, nach eigenem Ballverlust sofort in der eigenen Hälfte wieder unter Druck zu setzen und das gut macht, dann hält man den Gegner eben extrem weit von seinem Tor weg, ja, und, äh, das hat der 1. FC Köln ist auch im Laufe dieser Hinrunde extrem gut geschafft, äh, dem Gegner eben, äh, äh, auf diese Art und Weise sehr selten, äh, Zugang zu ihrem eigenen Tor zu geben. Ach, ja, wissen Sie, also, das kann ich deswegen, deswegen nicht sagen, weil ich das a, noch nie erlebt habe, äh, und b, dass ich es am Freitag erlebt habe, noch sehr weit weg ist für mich in meinen, meinen Gedanken, sondern da steht eine verdammt schwere Aufgabe vor uns, und deswegen mache ich mir darüber keine Gedanken, wie sich dann, äh, so ein Sieg beim 1. FC Köln dann für mich persönlich an, äh, fühlen wird. Äh, äh, tabellarisch kann ich Ihnen sagen, wird er, wird er sich genauso niederschlagen wie jeder andere auch, nämlich dann mit drei Punkten, also, äh, von daher würde ich sagen, lasse ich mich dann sehr gerne überraschen. Ja, also, äh, insofern, äh, ich bin einmal im Stadion gewesen, aber dort als Assistenztrainer von Aserbaidschan gegen, gegen die deutsche Nationalmannschaft, äh, äh, an das Ergebnis kann ich mich nicht mehr erinnern, das habe ich vergessen, und, äh, ansonsten ist es das erste Mal. Ne, ne, das ist schon mein Wohnzimmer, ja, aber, ähm, äh, ja, also, ich meine, das ist ja, das ist ja auch irgendwo logisch und auch irgendwo menschlich, dass es eben kein Spiel wie jedes andere für mich persönlich ist, ja, also, damit habe ich auch kein, damit habe ich auch kein Problem, äh, aber nochmal, ich glaube, ich kann das völlig ausblenden, weil, weil, weil die Aufgabe, die Schwere der Aufgabe für mich ja gar nichts anderes zulässt als, äh, äh, als dort in, in diesen, in diesen Stunden, wo ich da bin, nur als Trainer zu denken, ja, das ist ja klar, ich versuche mir Gedanken darüber zu machen und darauf zu reagieren, was auf dem Platz passiert, und will, äh, mit aller Macht das Maximale gegen, gegen die andere Mannschaft, die dann in Weiß spielt, rausholen, ja, und dann, glaube ich, spielen diese Dinge einfach eine untergeordnete Rolle und, ähm, 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 ja, sind nicht so wichtig, wie sie dann vielleicht, äh, vor dem Spiel, äh, den Anschein vielleicht für den einen oder anderen haben. Ja, absolut, also ärgern wir uns nicht, äh, unabhängig davon, dass wir das so oder so machen würden, weil, weil wir einfach die Reisezeit, äh, äh, ähm, praktisch vor diesem letzten Training haben wollen, damit die Jungs dann auch sich vernünftig regenerieren können, ne, aber klar, ich meine, das ist, das ist nun allseits bekannt, dass die, äh, äh, Trainingsbedingungen, der Platz hier im Großen Garten für uns mehr wie grenzwertig ist. Ich denke, wie er heute das Training wieder gesehen hat, dem tat es schon in der einen oder anderen Situation weh, dazugucken zu müssen. Das nehmen die Jungs soweit wirklich, äh, äh, gut an, ja, soweit man das überhaupt als Spieler machen kann, äh, und, äh, ja, wir können das jetzt nicht von heute auf morgen ändern, äh, und, äh, müssen da auf den Faktor Zeit setzen und bis dahin, ähm, das Beste einfach aus der, aus der Situation machen. Ja, natürlich verrate ich die, natürlich verrate ich die Dinge, die bleiben ja hier unter uns, stehen nirgendwo und werden auch von, und werden auch von keinem anderen wahrgenommen, ja. Ja, so ein bisschen Überraschung möchte ich ja dann schon, äh, äh, ähm, noch in unseren Überlegungen haben, ähm, der Gegner wird sich auch darüber Gedanken machen, wie wir auflaufen, vielleicht nicht so viele, wie wir uns, äh, über die Gedanken über unseren Gegner machen, aber, ähm, ähm, die Überlegungen sind dann auch zum zweiten Teil, ähm, ja, nicht abgeschlossen, äh, weil es einfach viele Fragezeichen gibt, viele Fragezeichen in unserem Spiel, äh, aber viele Fragezeichen, wenn der Trainer sich halt vorstellt, äh, wie stark sind die Offensive, wie wird der Kollege aufstellen, äh, wie können wir das stoppen, äh, auf der anderen Seite wollen wir es ja nicht nur stoppen, äh, sondern wollen auch selber irgendwie nach vorne kommen, und, äh, ja, diese ganzen Überlegungen sind, sind einfach noch nicht, noch nicht abgeschlossen, und auch in meinem, in meinem Kopf noch nicht final entschieden. Nein, doch, auch diese Überlegungen sind bei mir da, das Problem eben, was sich beim 1. FC Köln, äh, äh, stellt, ist, dass sie das nahezu lieben, wenn der Gegner dann kommt, und sie können selber schnell umschalten, äh, und, ähm, ähm, äh, das ist die eine Seite, die andere Seite ist, äh, es haben sich natürlich viele Mannschaften vor dem eigenen Sechzehner, äh, äh, verschanzt, äh, aber das ist überhaupt nicht unser Spiel, ja, und daran erkennen sie, äh, dass es schon einfach spannend ist, ja, die Überlegungen eben zu Ende zu führen, und dann hoffentlich, äh, eine gute Wahl zu treffen. Von mir noch ein paar Informationen zum Spiel. Anpfiff ist am Freitagabend um 18.30 Uhr in Köln. Die Stadiontore und die Kassen öffnen um 16.30 Uhr. Es werden alle Gäste und Besucher des Spiels gebeten, aufgrund des Berufsverkehrs in Köln, ähm, zeitig anzureisen, da es vermehrt zu Stau kommen kann am Stadion. In Dresden wurden im Vorverkauf 1.400 Tickets für den Gästeblock verkauft. Insgesamt wurden 42.000 Tickets bisher verkauft. Der 1. FC Köln rechnet mit 44.000 Besuchern am Freitagabend. Der Schiedsrichter steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Im Nachwuch gibt es noch eine Partie vor den Weihnachtsferien, und zwar ist das die U19 im Pokal auswärts am Samstag beim VfC Blauen um 13 Uhr im Vogtlandstadion. Gute Anreise nach Köln. Bis Freitag. Tschüss. Gute Anreise nach Köln.